Nicht irritieren, wenn das so macht, das ist eine Säule. Das Bong, was ihr gerade gehört habt, war nicht der Kopf, das war nur das Ding hier. Ich habe mir jetzt überlegt, ich brauche mir ins Schlafzimmer so eine Table Dance, Pull Dance heißt es. Pole, Pole. Pull Dance. Pull Dance. Pull Dance Stange. Um einfach fit zu bleiben, werde ich abends in dieser Stange ganz elegant hochgleiten und so runtergleiten. Und damit diese Geräusche nicht kommen, öle ich mich auch komplett ein und gleite an dieser Stange dann so. Es wird schwer, dich dann noch festzuhalten. Ja, aber die Profis können das. Aber wenn sie eingeölt sind, ist es ja umso geiler. In den Kniekehlen lassen die das Öl aus und dann klammern die sich genau mit ihren Kniedingern so fest an in die Stangen. Ja, aber wie machen sie das, wenn die ganze Stange voll Öl ist mit der Teile? Das ist eine gute Frage. Es gibt, glaube ich, keine männlichen Stangentänzer. Oder auch gibt es. Was sind die denn los? Natürlich gibt es das. Natürlich gibt es das. Also machen wir echt dauernd, mit was für einer Schusssicherheit das rauskam. Warte, warte, warte. Natürlich gibt es welche. Warte. Und wenn nicht, dann bin ich der Erste. Männliche Poledancer. Es gibt nicht männliche Poledancer. Hast du gesehen? Ja, siehst du. Pass auf. Männliche Poledancer. Du meinst Feuerwehrmensch, oder was? Hat Google mir sogar schon direkt vorgeschlagen. Weil du schon mal gegoogelt hast. Guck mal, da gibt es richtige Kurse. Nein, ich will das nicht sehen. Oh, guck mal, das willst du sehen. Nein, will ich nicht. Doch, der kommt schon. Mein ganzes Bild ist jetzt ver... Oh. Das ist okay.